Elisabeth Sobotka, mit der neuen Intendantin kommt auch eine neue visuelle Gestaltung. Was ändert sich noch? Es kommen natürlich neue Produktionen. Das ist ja das Tolle am Theater, dass es sich immer ändert. Jede neue Produktion ist ein neuer Prototyp, sagen wir so. Es kommen vielleicht zwei neue Programmschienen dazu. Das eine ist das Opernstudio. Wir machen mit jungen Sängern im Vorarlberger Landestheater Cousy. Und, was mir sehr am Herzen liegt, das Opernatelier, wo ich gerne die Möglichkeit geben möchte, die Entstehung eines neuen Stückes für Musiktheater zu begleiten. Beim Touran.com kommt das Bühnenbild und die Regie aus derselben Hand. Warum? Ja, ich dachte, dass das gerade in diesem Ort ideal sein könnte. Das Bühnenbild ist so zentral. Es ist ja sozusagen das Gegenstück zur Natur, muss da wirklich auch ganz präsent sein. Und Marco Arturo Marelli macht immer Bühnenbild und Regie. Er kommt vom Bühnenbild, hat als Bühnenbildner angefangen, macht seit Jahren schon die Regie. Und in dieser Kombination, er weiß selbst, er kann wirklich Bild, sozusagen für den Zuschauer, Bild und Handlung in eines bringen. Und auch schon in seinem Kopf und dafür den idealen Rahmen am See schaffen. Durch das gesamte Programm ziehen sich Verbindungen. Es sind die selben Menschen, die man immer wieder antrefft. Warum? Ja, das entsteht bei mir automatisch bei der Programmgestaltung, dass ich Verknüpfungen suche, Verbindungen. Man kommt auf Besonderheiten, wie zum Beispiel Offenbach war ein sehr großer Cello-Vitose. Da habe ich mir gedacht, es wäre doch spannend, im Zusatz oder auch Kontrast zum Hoffmann, ein großes Cello-Konzert von ihm oder sein großes Cello-Konzert in einem Symphonie-Konzert zu zeigen und dann aber auch seine Stücke für Cello-Solo allein. Also die Vielfalt, die nicht nur im Programm steckt, sondern die ja auch die Künstler, die das Programm machen, haben, die zu zeigen und da einen übergreifenden Sinn zu stiften, das ist die Idee dahinter. Heute auch ein Thema war die budgetäre Lage. Die Kosten steigen, die Einnahmen weniger. Wie werden Sie damit umgehen? Nicht die Einnahmen, Gott sei Dank. Die Einnahmen werden Gott sei Dank nicht weniger, aber da die Subventionen schon so lange eingefroren sind, ist es im Real weniger Geld und wir kämpfen darum, dass die Subventionen erhöht werden. Wie werden Sie damit umgehen, wenn die Subventionen nicht erhöht werden? Daran will ich gar nicht denken. Also im Moment bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird. Daran will ich.